Herzlich Willkommen zur Verleihung der Financial Advisors Awards 2024. Die Nominierten für den Financial Advisors Award in der Kategorie Sachversicherungen lauten ARAG Unfallschutz 2024. ARAG Aktivrechtsschutz für Selbstständige mit Soforthilfe. Hanse Merkur Hundehalterhaftpflicht Premium Plus. So und jetzt werden wir erfahren, wer in dieser Kategorie gewonnen hat. Hier kommt der Umschlag. Gewonnen hat die Hundehalterhaftpflicht Premium Plus von Hanse Merkur. Herr Bussard, unser Gewinner bietet mit der Hundehalterhaftpflicht Premium Plus einen Tarif, der mit umfassenden Leistungen aufwartet. Und genau diese Vielfalt der Leistungen ist es auch, die unsere Jury überzeugt hat. Sie umfasst unter anderem eine Bestleistungsgarantie, Schutz auch im Ausland und nicht zu vergessen den sogenannten Giftköderschutz. Ja, also herzlichen Glückwunsch an die Hanse Merkur. So und jetzt heben Sie Erik Bussard mit einem großen Applaus auf die Bühne. Herzlichen Glückwunsch. Und das ist die Gelegenheit, nochmal kurz ein Dankes Wort zu sprechen. Ne, lass mal los. Okay, also erstmal herzlichen Dank für die netten Erklärungen. Ich habe wieder was dazugelernt. Der Applaus hat ja gezeigt, das Thema Tierversicherung ist mittlerweile in aller Munde. Und wir freuen uns natürlich sehr über die Auszeichnung. Erstmal Glückwunsch auch an die anderen Nominierten, dass sie nominiert worden sind. Wir freuen uns natürlich sehr, dass die Jury sich so entschieden hat. Herzlichen Dank dafür. Ja, und ein ganz wichtiger Preis. Herzlichen Glückwunsch. So, wir machen noch ein Foto zusammen. Wie ist die Ziele? Ja, wir machen noch ein Foto. Erstmal die Ziele funktioniert. Wie ist die Ziele? So, ich werde mich komplett mit einem Foto zusammen.